Der VfB Stuttgart hat seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, ein Gut von großem, von eigentlich unschätzbarem Wert. Das ist seine Anhängerschaft. Die Fans, sie kommen zahlreich seit Jahren, unterstützen den Verein zu Hause, sie unterstützen ihn auswärts. Sie hat eine unglaubliche Strahlkraft in der Region, in Baden-Württemberg. Überall kennt man den VfB, liebt man den VfB, verfolgt man den VfB. Allerdings hat dieses Verhältnis zum Klub von den Anhängern in den letzten Jahren Risse bekommen. Im Zuge der ganzen Debatte um die Ausgliederung, die dann erfolgt ist, verbunden mit der Präsidentschaft von Wolfgang Dietrich, der bei großen Teilen der Anhängern nicht wirklich gut gelitten war, haben sich Risse aufgetan. Das Verhältnis hat sich verschlechtert. Die Kommunikation fand nicht mehr so stark. Auch die Bindung der Fans zum Klub ging zumindest stellenweise verloren. Das ist eine der großen Aufgaben, an die sich Klaus Voigt gemacht hat. Der Präsident ist gewählt seit letztem Jahr, ist jetzt ein gutes halbes Jahr im Amt. Und er hat in den ersten Monaten vor allem eines getan. Er hat versucht, Gräben zuzuschütten, Risse zu kitten, ganz viel in die Kommunikation zu gehen mit allen Anhängern. Ob das die organisierten Fans sind, die Ultras, ob das die sogenannten OFCs sind, die Menschen dort in diesen offiziellen Fanclubs. Oder der ganz normale Stadiongänger, VfB-Anhänger, der eben nicht irgendwie organisiert ist. Vereinsbeirat, Fanausschuss, all diese Gremien wurden aktiv von Klaus Voigt angesprochen. Und dann hat sich eines gezeigt in diesen letzten Wochen und Monaten, nämlich, dass das auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Das heißt, diese Gruppen, diese Parteien, diese Menschen sitzen jetzt wieder zusammen an einem Tisch. Sie versuchen gemeinsam für den VfB Dinge zu erarbeiten. Es wird im Laufe des Jahres wahrscheinlich noch ein Positionspapier geben, in dem Werte, Leitplanken festgehalten werden, für die der VfB Stuttgart steht, stehen soll, stehen möchte. Das alles wurde gemeinsam eben erarbeitet. Und dadurch hat sich vieles doch zum Guten gewendet, was vor einem Jahr noch gar nicht so sehr abzusehen war. Eine große Aufgabe wird es natürlich aber bleiben in den kommenden Jahren, dass das, was jetzt gerade passiert, auch verwandelt, veredelt wird. Nämlich wieder in ein dauerhaftes, gutes Verhältnis vom Club zu seinen Anhängern, damit dieses unschätzbare Gut auch in den nächsten 10, 15, 20, wenn möglich sogar noch mehr Jahren da ist. Und eben von diesem Wert ist, wie es jetzt gerade wieder zu werden scheint.